Die Ozeane, die Berge, die Atmosphäre. All ihr Elemente der Erde seid gefährdet. Darum vereint eure Kräfte und gebt mir eure Energie, denn ich brauche eure Stärke, um euch zu retten. Und bitte beeilt euch! Uns bleibt kaum noch Zeit! Gebt mir eure Kraft! Ich bin nun bereit, eure Energie zu empfangen! Gebt mir eure Kraft! Gebt mir eure Kraft! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020